Ich möchte verstehen, wieso Sie behaupten, ein Maler zu sein. Ich liebe es zu malen. Ich muss malen. Ich bin immer Maler gewesen. Das weiß ich genau. Zum Malen geboren? Ja. Wie kommen Sie darauf? Weil ich nichts anderes tun kann und glaube es in mir. Ich habe es versucht. Ich betrachte mich als ein Menschen im Exil. Du bist Vincent. Ja. Theos Bruder. Ich bin Paul Gauguin. Wir rufen eine Revolution aus, hörst du? Wir müssen eine neue Sichtweise entwickeln. Eine Malerei, die frei ist von Zwängen. Ich habe mein Leben lang allein in einem Zimmer verbracht. Ich möchte ein neues Licht entdecken. Für Gemälde, die man noch niemals gesehen hat. Ich habe etwas in mir. Ich weiß nicht, was das ist. Was ich sehe, kann niemand sonst sehen. Verstehen Sie nicht, dass das Gemälde ganz hässlich ist? Die Einwohner von Arl haben eine Petition unterschrieben. Sie wollen sie nicht mehr dort haben. Ich kann nicht hierbleiben, Vincent. Du bist umgeben von dummen, bösartigen, ignoranten Menschen. Deswegen haben sie sich ihr Ohr abgeschnitten. Ihre Sicht der Welt ist sehr beängstigend. Nicht wahr? Ja. Manchmal da fühle ich mich weit entfernt von allem. Ich fürchte, ich verliere meinen Verstand. Manche denken, ich wäre verrückt. Aber ein Korn Verrücktheit ist das Beste an der Kunst. Vielleicht hat Gott mich zu einem Maler für Menschen gemacht, die noch nicht geboren sind. Sag's mir, Bruder. Bin ich ein guter Maler? Du bist nicht nur ein guter Maler, du bist ein großer Maler. Ich wollte den anderen nahe bringen, was ich sehe. Jetzt denke ich nur noch über meine Beziehung zur Ewigkeit nach. Du bist nicht nur ein guter Maler, du bist nicht nur ein guter Maler.